Sprechen wir über dieses neue Bündnis Sarah Wagenknecht mit Amira Mohamed Ali, die noch Co-Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag, noch bis morgen, wenn ich das richtig weiß, und die neue Vorsitzende des Vereinsbündnisses Sarah Wagenknecht. Hallo Frau Mohamed Ali. Hallo. Frau Mohamed Ali, haben Sie gut geschlafen? Ja, sehr gut, Dankeschön. Das freut mich. Ich frage das auch, weil durch Ihren Austritt aus der Partei und den bevorstehenden Ausschluss aus der Fraktion dann ja etwa 100 MitarbeiterInnen ihren Job verlieren werden, weil die Linke dann den Fraktionsstatus und damit allerhand Rechte verliert. Es gab ja genug Angebote der Linkspartei an Sie und viele Ihrer inhaltlichen Positionen sind ja auch die der Linkspartei. Warum jetzt also eine neue Partei? Also erstmal möchte ich das korrigieren. Es wird jetzt natürlich von der Parteiführung der Linken kolportiert, dass es immer ganz viele Angebote gegeben hätte. Ich habe das ja selber verfolgt und ich habe auch lange Zeit darum gekämpft, dass es dann noch eine gemeinsame Zukunft geben kann. Aber ernsthafte Angebote dafür hat es nach meiner Einschätzung, nachdem ich es erlebt habe, nicht gegeben. Und im Gegenteil, man muss ja klar sagen, dass die Parteiführung und auch viele Funktionäre in der Linken lange Zeit schon gesagt haben, Sarah möge doch jetzt bitte endlich mal die Partei verlassen und alle, die ihre Haltungen auch unterstützen sollen, das auch tun. Und das haben wir jetzt getan. Alle zehn Abgeordneten, die gestern aus der Linkspartei ausgetreten sind, sind ja über die Linkspartei in den Bundestag gekommen. Keiner von Ihnen hat ein Direktmandat gewonnen. Jetzt sind Sie nicht mehr Teil dieser Linkspartei. Deshalb sagt die, dass Ihnen ihre Mandate im Bundestag deshalb auch nicht mehr zustimmen. Das macht auch Sinn, oder? Das macht deswegen keinen Sinn, weil unser Grundgesetz etwas anderes sagt. Das Grundgesetz ist ganz klar, die Abgeordneten sind in ihrem Mandat frei. Sie sind nur ihrem Gewissen verpflichtet und das ist auch gut so. Natürlich kann ich das auf der menschlichen Ebene verstehen, dass da jetzt gerne ein anderer Eindruck erweckt werden soll und dass man da vielleicht auch wütend ist. Aber tatsächlich ist es anders. Und die Darstellung, dass das sozusagen eine Einzelleistung ist, also da würde ich doch auch ein Fragezeichen setzen. Einen Wahlkampf haben wir alle gemeinsam gemacht. Sarah Wagenknecht hat zum Beispiel auch intensiv den Wahlkreis von Sören Pellmann unterstützt durch ihren eigenen Engagement. Also ich finde, da machen die Kollegen es hier ein bisschen leicht. Aber sagt Ihr Gewissen nicht auch, Sie wurden eben als Linkspartei gewählt und eben nicht als Partei, Sarah Wagenknecht oder wie auch immer sie dann heißen würde? Wissen Sie, mein Gewissen sagt mir, dass ich die politischen Inhalte, für die ich in die Politik gegangen bin, für die ich immer gestanden habe, dass ich die leider nicht mehr in der Linken vertreten konnte. Weil tatsächlich es einen Richtungsstreit in der Linken lange Zeit gegeben hat, der darauf ausgerichtet war, die Linke zu verändern, in eine andere Richtung zu führen. Und dieser Kurs, damit war die Parteiführung jetzt erfolgreich. Das heißt, die Inhalte, die mir wichtig waren, für die ich in die Politik gegangen bin, ich möchte dieses Land auch verändern und zwar zum Besseren, das war mir in der Linken leider nicht mehr möglich. Ich habe lange Zeit gehofft, dass es anders sein könnte, aber wir sind zum Ergebnis gekommen, dass das leider nicht mehr geht. Bleiben wir sehr gerne bei den politischen Inhalten. Inhaltlich setzt ja Ihre neue Partei, die es dann geben soll ab Januar, auf sehr ähnliche Themen wie die Linkspartei, aber auch sehr unterschiedliche Themen. Also ich fasse das nochmal zusammen, was ich da gestern von Ihnen gehört habe. Günstige Energie aus Russland, egal ob sie den Krieg gegen die Ukraine mitfinanziert, mehr Geld für Geringverdiener und weniger Einwanderung. Wo ist denn da die nachvollziehbare Linie, sodass man dann auch weiß, wenn man Sie ab nächstem Jahr wählen würde, wie Sie dann auch zu anderen Themen stehen? Ich würde es an der ersten Stelle gerne nochmal Ihre Aussage etwas näher beleuchten. Sie haben gesagt, Energie aus Russland, auch wenn man damit den Krieg an die Ukraine finanziert. Nun, es ist so, dass Deutschland auch jetzt zur Stunde Energie aus Russland bezieht, nur eben über Umwege, über Drittländer und diese Energie halt wesentlich teurer bezahlt, als man das im Direktbezug täte. Man hat gesehen, dass die Wirtschaftssanktionen nicht dazu geführt haben, dass der Krieg gestoppt wird, dass die Kriegsmaschinerie Russlands, dass die aufgehalten wird. Wenn das so wäre, also wenn man wirklich zum Ergebnis käme, das hat was gebracht, das hat diesen Krieg geschwächt oder Russland geschwächt, hätte ich da auch eine andere Meinung. Aber so ist es ja nicht. Und so muss man einfach sagen, dass man sich damit selber ins Knie schießt. Und das finden wir unvernünftig. Würden Sie denn mit Putin sprechen in der jetzigen Situation? Also ich persönlich bin nicht in der Position, mit Wladimir Putin zu sprechen. Ich bin ja da Mohamed Ali. Es ist ja wichtig zu wissen, was der Wähler dann ab nächstem Jahr von ihrer neuen Partei, die sie ja gründen wollen, zu erwarten hat. Sind Sie also im Zweifel auch dafür, mit Russland zu verhandeln und dann im Zweifel eben auch zu sagen, wir nehmen wieder Gas von euch? Wissen Sie, es ist in der Diplomatie ja so, dass man nicht nur mit Freunden spricht. Diplomatie bedeutet, dass man leider auch mit Menschen spricht, die man persönlich nicht gut findet, deren Positionen man auch teilweise zutiefst ablehnt. Das ist Diplomatie. Und das ist leider in außenpolitischen Fragen, ist man damit auch gut beraten. Ich meine, gucken wir doch mal zum Beispiel, Deutschland kauft ja Rohstoffe aus Saudi-Arabien. Das ist ein Land, das auch einen Krieg führt, zum Beispiel im Jemen. Das sind zum Teil sogar deutsche Waffen, die da eingesetzt werden. Das finde ich übrigens falsch. Aber man muss ja klar feststellen, dass wenn es um Rohstoffe geht, dass Deutschland bereits von sehr verschiedenen Nationen, deren politische Überzeugung man auch nicht teilt, Energie bezieht. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich da selber ins Knie zu schießen. Diplomatie heißt, mit allen zu reden, auch wenn man sie nicht gut findet. Das klingt für mich danach, als wenn Sie mit Putin reden würden. Nochmal zurück zu meiner Frage davor. Also für was für Themen stehen Sie denn insgesamt und wo ist da eine Linie erkennbar, sodass man dann auch wüsste, wofür Sie als Gesamtpartei auch bei anderen Themen, die Sie noch nicht angesprochen haben, dann auch stehen würden? Links, rechts, populistisch und weiterer. Also wenn ich eine Überschrift, also eine einzelne Überschrift geben müsste, dann würde ich sagen, es geht uns um Vernunft. Vernunft sowohl in der Wirtschaft und da haben Sie einige Punkte gerade angesprochen. Das ist unvernünftig, den Wirtschaftsstandort Deutschlands zu gefährden und immer weiter an die Ecke zu drängen. Es geht um soziale Gerechtigkeit und da geht es nicht nur um, ich sage mal, Moral. Es geht da auch um die Frage, ist es vernünftig? Es ist vernünftig, dass man dafür sorgt, dass die Bevölkerung gut abgesichert ist. Es ist vernünftig, dafür zu sorgen, dass Menschen von ihrer Rente leben können. Es ist vernünftig, dafür zu sorgen, dass wir ein Gesundheitssystem, ein Bildungssystem haben, das seinen Bürgerinnen und Bürgern dient und das nicht immer weiter kaputt gespart wird. Dann ist das Thema Frieden uns sehr wichtig und auch da setzen wir auf Vernunft. So wie es jetzt gerade geschieht, dass immer mehr auf Aufrüstung gesetzt wird, dass man es nicht schafft, aus einer militärischen Logik auszubrechen, das finden wir wirklich unvernünftig. Und dann ist uns das Thema Freiheit wichtig. Und das bezieht sich insbesondere auch auf das Thema Freiheit des Meinungsdiskurses. Wir erleben tatsächlich wachsend, dass der Meinungskorridor auch bei uns in Deutschland immer enger und enger wird. Das sieht man an vielen Stellen. Und wir sind der Auffassung, es muss möglich sein, seine Meinung frei zu äußern und nicht gleich in eine Ecke gestellt zu werden. Natürlich muss man die Meinung nicht von jedem teilen, aber es wird sehr, sehr eng. Und das finden wir wirklich problematisch. Zum Abschluss, Frau Mohamed Ali, gucken wir gern nochmal auf das nächste Jahr. Sie wollen auch bei der Europawahl und bei der Landtagswahl am 9.6. schon antreten mit der neuen Partei. Da braucht man ja auch viel Geld führen. Wie wollen Sie das a monetär schaffen? Wo soll das Geld herkommen? Und wie organisatorisch in dann fünf Monaten des nächsten Jahres sich schon aufzustellen? Ja, das ist natürlich jetzt eine große Aufgabe und große Herausforderung, dass man das organisatorisch hinbekommt. Wir sind davon überzeugt, dass wir das schaffen können. Und wir hoffen jetzt, dass wir Spenden bekommen für unser neues Projekt. Das ist ja auch ein Ziel des Vereins, dass jetzt Leute, die der Auffassung sind, ja, wir möchten auch eine neue Partei, wir möchten dieses Ziel unterstützen, dass die uns jetzt auch spenden können, um dieses Ziel zu unterstützen. Wir werden da auch Spenden setzen. Amira Mohamed Ali, noch Co-Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag, wird sich diese Woche ändern und Neu-Vorsitzende des Vereinsbündnisses Sarah Wagenknecht. Vielen Dank hier im Phoenix-Tagesgespräch. Sehr gern.